So, weiter geht es und wir gehen auf unseren nächsten Charakter. I can taste it. Your anguish is delicious. What did you... Why are you so desperately pursuing Shadow Luke? Hatred? Or do you seek atonement? Shut up! Your eyes are dancing between the past and the present. It's beautiful. I told you to shut your mouth. Are you trembling? Uh, 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 yeah. That's not a move, that's not a move. Warum ist die Ecke raus? Hallooo! Perfect, my friend. Aua! So. I wouldn't kill you yet. It's much too early to pluck your beauty. Much too early. You may leave. Oh, I wasn't aware that you were here, Mr. Vega. Hm. The upgrades I applied to the new and improved dolls, were they to your liking? I have, of course, increased their combat power, but also enhanced their connection to Psycho power. So now they will faithfully follow the orders of Shadow Luke. They are perfect weapons. Do you not realize the ugliness of your own deeds? How pathetic. Huh? How dare you mock Shadow Luke's second hand? Would be wise to mind your tone. Hmm. This is perfect. Well then, allow me to teach you the hierarchy and your place in it. Okay. Ja, komm mal her. Ach. Ach. Ich trifft hier nicht. Aha. Nehehehehehe. Au, hat der mich doch noch getroffen? Ich hasse es nicht. Oh, hat der mich doch noch getroffen? Ich hasse es nicht. Oh, hat der mich doch noch getroffen ist. Mein Gott kommt zurück! Ach. 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 006 und das Eyesore-Killer-B arbeiten zusammen? Wir werden den Traitor entfernen und dann gehen wir um 06 zu rekalibrieren. Wo sind sie? Genau hier. Du versuchst, um zu weg? Ich versuchte, dass du wunderschön ist. Aaaaaah! Das kleines Wunderschön! Ich habe dich gefunden. Ah, Fon, so blöden. Was ist das? Warum ist sie so hart für eine Dahl? Die Schönheit der Selbstsacrifice wird nur für ein fleeting Moment dauern. Kami! Nicht mehr. Ich werde niemals von euch wiederholen werden. Der Schmerz von den Schmerzen von deinem Existenz und wie du sufferedst. Diese Herausforderung war der sehr Grunde von deinem Schönheit. Wenn du vergessen hast, warum ich dich nicht? Durch die Schmerzen! Na, was ist denn los hier? Jetzt will er nicht mehr. Jetzt macht er nur noch Porzelbäume. Ich gehe kaputt. Nicht nur jetzt. Ich kann nicht mehr, noch nicht nur noch. Ich verstehe. Was ist so verdammt lustig? Ich glaube, du verstehst, die Gefahr der Weg du hast. Was? Du wirst lernen, wenn die Zeit kommt. Don't move! What are you doing here? You bastard! I guess I'll just wait for now. The fear of loss and the grief of despair will serve to create a new beauty. But until then... Well, that's the end of the day. And then we'll see you in the next fight again. See you soon!